Hallo YouTube und willkommen zum neuen VTLand Video. So, hier Woche 5 passenderweise bereits und ich kann jetzt machen, was ich will, denn das iPhone 14 Plus geht sowas von nicht raus. Einfacher Grund, will keiner hören, aber Magen-Darm hat mich erwischt. Ist da jetzt schon kurz wieder ein bisschen was her. Alles, was ich an Flüssigkeit verloren habe, habe ich jetzt wieder aufgeholt, aber alles andere, das VTL ernährt sich gerade von einem Beutel Salzstangen. Das sagt alles. Das bedeutet aber auch, um das Wiegen, jetzt muss ich mir so null Gedanken machen diese Woche. Und das, obwohl ich, letzte Woche hatten wir bei den, was hatten wir, 36, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96. Hatte ich noch eine kurze Hose an, jetzt wieder eine lange Hose. Aber ganz ehrlich, selbst da muss ich mir keine Gedanken machen. Aber bevor ich jetzt große Töne spucke, ich bin mal gespannt, ob es, also unter 96 wird es auf jeden Fall sein, vielleicht sogar unter 95, je nachdem. Alles wieder live und ungeschnitten. Ich drehe mal die Kamera runter. Toll, sehe nichts, liebes Display, klapp dich mal mit um. So, dann sollte das jetzt hinhauen. Einmal Tipp, äh, zweimal Tipp. So, und draufhüpfen. Trommelwirbel, Trommelwirbel, 95, 6. Nehme ich, nehme ich. Da sagt der ein oder andere, ups, drehe mal die Kamera eben wieder rum. Da sagt jetzt der ein oder andere, oh Gott, ist das wieder schräg. Ich weiß, aber ich meine, genau dafür mache ich das wiegen ja live und ungeschnitten vor der Kamera, damit nicht einer wieder sagen kann, hey, du schummelst, das ist voll geschnitten oder sowas. Nein, selbst diese coole Live-Rotation ist ja live. Ähm, also, äh, damit wiege ich ein Kilo weniger als vor zwei Wochen. Ja, okay. Mh, 700 Gramm weniger als letzte Woche. Wobei, mit der kurzen, wenn ich jetzt eine kurze Hose wäre, ist wahrscheinlich dann doch Pi mal da um ein ganzes Kilo weniger. Muss ich aber keinem von euch erzählen. Das Schlimme wird jetzt dann natürlich nächste Woche dann sein, ne. Das, gerade wenn man so in der Abspeckphase ist und dann doch mal so elendig, wenn man sich ja dann mit Magendarm dann fühlt. So cool ist es am Ende, wenn man dann die nackten Zahlen sieht. Und könnte ja als kleiner Push- und Hilfestellung sein, obwohl, ha, so ganz gesund ist es ja auch wieder nicht. Jetzt aber die nächsten Tage wird es natürlich dann interessant, wenn man dann wieder normal futtert, weil, also bedeutet, nächste Woche wird echt, echt, echt spannend. Und ich habe den Test zum 14 Pro immer noch nicht, plus immer noch nicht fertig. Sollte es wirklich langsam fertig machen. Wobei das mit morgen und übermorgen wird interessanter, bin ich auf Jück. Die nächste Tage, nächste Woche kommt das Nothing-Phone. Aber ich meine, das ist ja, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ach, im VT, dann sieht es ja sowieso gar keiner. Das sollte, sollte alles okay sein. Naja, egal. So, ich würde es mal besser lassen. Vielen Dank fürs Zukommen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.